nice und da können wir das letzte plakat aufhängen halleluja jetzt habe ich endlich alle poster verteilt das sollte ich immer erzählen genau das erzählen wir polizeirevier da ist eine gitarre von wem von wem von wem hast du sie gekauft ich habe die gitarre von der netten älteren dame aus der leise suite fragt sie ruhig sie wird es dir bestätigen was ist das für ein schuppen jetzt sagt los dass du nicht den angesagtesten club der stadt kennst der klub der reichen und schön du bist offensichtlich weder noch bin ich wohl okay wechseln wir das thema ist türsteher eigentlich ein ausbildungsberuf wenn man es richtig lernen will klar ich war aber nur in abendkursen sag's nicht weiter aber ich habe sogar eine brustverbreiterung machen lassen was passiert denn da drin exklusive sachen zu exklusiv für jemanden wie dich der club könnte froh sein jemanden wie mich als gast zu haben echt so uns auf nein jemanden kennst du hier eine exklusive außergewöhnliche delikate performance liefern könnte sag es mir wir sind immer auf der suche nach verbrauchten show ex also ich kann unverbraucht erren 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 wäre perfekt für den job im vip bereich erren nie gehört was kann die so sie zeigt halt naja weißt schon und dann macht sie so alles vor der kamera aber sie möchte auf die große bühne ich müsste mich vorher schon von ihrem können überzeugen sie hat eine show im internet nach dem internet vertraue ich nicht aber nicht mal so ein pifon komm mit und schau dir die show live an ich bin der türsteher von hellsporn verlasse ich auch nur kurz meinen arbeitsplatz bricht chaos in new lost wages aus verdammt vertraue mir einfach ich weiß was gut ist wenn ich mir dich so anschaue kann ich mir das nicht so ganz vorstellen besorge mir einfach irgendwas damit ich sehen kann was sie bietet am besten wäre eine kostprobe ihrer show dann holen wir uns jetzt erren her ich komme so wir kommen später wieder jetzt haben uns erren erren mein schatz ich weiß wie ich dir helfen kann los geht's so ab nach oben und dann schnappen wir uns erren und dann gehen wir zurück zum zum strip club und wir machen sie glücklich wir wollen nicht glücklich machen schatz komm mal her wie läuft der chemdienst du ich habe da erfahren was dich interessieren wird ja ich habe da etwas erfahren was dich interessieren wird ja du kennst doch sicher hellsporn den nachtclub klar ich war aber noch nie drin das könnten wir ändern sie suchen einen show act der etwas besonderes bietet du bist etwas besonderes sie bräuchten aber eine kostprobe deines können so bald wie möglich doof ich kann jetzt nicht weg meine show fängt gleich an lass die show sausen das ist deine chance auf keinen fall ich stelle meine fans zufrieden sonst verliere ich die schon würde ich halt auf kassette auf auf was vhs 2000 beta max hast du einen schlaganfall soll ich einen arzt rufen ich meine kannst du deine show nicht aufzeichnen keine ahnung wie das geht ich treme nur ich brauche aber eine aufnahme von dir das muss warten meine fans gehen vor ja dann hast du selber schuld wie läuft der chemdienst gerade würde ich lieber ein literaturklassiker stöbern tja dann auch nicht dann aha die rotorblätter sehen so scharf aus was zur hölle okay also das ist neu hat die heckenschere lol den brauche ich für meinen erdbeer busch ich leih ihn mir nur kurz stimmt okay amazing ich dachte so herrschere was für eine schere perfekt niemand mehr naja außer sich selbst aber die kamera ist runtergefallen dann ganz schnell runter die schnappen wir uns kannst du bitte mein busch drüber hier lassen entschuldigung aber den schnappe ich mir eh irgendwann wieder weißt du bescheid er in schatz so weiter geht's ich liebe dieses spiel es ist halt echt genau das was ich mir vorgestellt habe so wo ist die kamera die kamera ist hier wohl reingefallen also dann das dachte ich mir jetzt hast du endlich einen grund um im zu wühlen jetzt haben wir die kamera camcorder damit können wir jetzt natürlich einmal den auftritt sichern hoppala das war falsch gehen wir hierhin so das hier oder oh lol das wollte ich auch nicht ich wollte so machen cb ich habe hier was für dich schau dir das an nicht schlecht die kann was hast du das ohne ihr wissen aufgenommen spielt das heutzutage eine rolle wie kleinlich naja nach vergiss es das ist der hammer sie hat den job aber nur auf probe sich einfach nur nackig machen reicht bei unserem klientel nicht ich brauche ich für den vip bereich etwas das aus dem rahmen fällt etwas mit pfiff und intelligenz sie kann nachher auftreten aber sie muss in ihrer show noch ein außergewöhnliches element bieten wenn sie das hinbekommt erhält sie einen festen platz im vip bereich ich rede noch mal mit ihr erinnert sich eine gute idee oha o gott da ist eine ratte da war ein ballon die würde mich beißen und wer weiß welche krankheiten die hat die ich noch nicht habe ja aber warte du hast jedoch den dildo der nach käse stinkt ja aha der dildo scheint sie sehr zu locken aber das hilft mir so nicht sie zu fangen mhm ha 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 okay weiß ich auch nicht oh ein rohr wir haben ein rohr Leute wisst ihr was das bedeutet wir können jetzt zurück zu lefties das rohr austauschen damit seine waschmaschine wieder funktioniert großartig wir müssen ja so oder so jetzt gerade zu lefties wir kommen voran wir kommen voran so das rohr hier da rein ja so nun sollte das rohr wieder tun wofür rohre da sind so dann hebel dann ventil und hebel ja beim ersten versuch direkt funktioniert genau wie beim sex also meistens ich sollte erstmal lefty bescheid geben dass die brauerei wieder läuft ja großartig wir kommen voran wir sind eben richtig gut darin rohre zu verlegen amazing operation brauerei abgeschlossen sehr gut ich muss zugeben dass ich dir das nicht zugetraut hätte das ist schließlich etwas handwerkliches allerdings muss sich die rezeptur verändern angeblich haben ein paar leute durchfall vom alten barbarenbräu bekommen nein hier das rezept diese sachen brauche ich dafür wäre klasse wenn du mir die zutaten für das neue und verbesserte barbarenbräu bringen könntest Larry ich schaue mal was ich auftreiben kann ach und Larry wenn du willst kannst du gerne die brauerei benutzen solange sie außer betrieb ist ich habe alles automatisiert du wirfst einfach die zutaten rein und dann kann ich hier den drink abfüllen ich komme vielleicht drauf zurück wait what das lässt sich nicht kombinieren ich würde aber gerne wissen was ich dafür brauche ich kann ja nicht sehen was das für ein rezept ist oder die zutaten die ich lefty besorgen soll etwas um den geschmack und den duft des bieres zu verstärken etwas um das bier zu einem richtigen kraftstoff zu machen etwas natürliches mit vitalisierendem effekt ich will da mal was ausprobieren wir nehmen auf jeden fall den besser nicht was ok besser nicht warum nicht besser nicht ach komm schon irgendwas das wäre eine genießbare zutat aber ich wüsste nicht was ich gerade brauen sollte ja gut dann halt nicht ja warte mal wir reden erstmal kurz mit der alten genau weil die alte die hat ja auch die gitarre von von lemma an den türsteher verkauft also wir müssen so oder so auf jeden fall nochmal mit der alten reden dann mal los machen wir so was gibt's ähm hast du letztens eine gitarre verkauft was bin ich froh die wieder los geworden zu sein die pfandleierin hatte das dringende bedürfnis sich etwas delikate wäsche zu kaufen die pfandleierin unterwäsche wie konservativ jedenfalls hatte sie nur die gitarre zum eintauschen und ich habe mich breitschlagen lassen na gut okay dann gehen wir jetzt zur pfandleierin zurück ich komme später ich sehe rüstiger aus als seine herzfrequenz ja ja wissen wir so dat wissen wir also auf zu waldraut so waldraut stimmt ich muss mal wieder speichern ne warte 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 hat so ein typ bei dir letztens eine gitarre verpfändet ja das geschäft hatte ich letztens das war dieser typ da drüben bei den spielautomaten na klar war er das gestehe du hast die gitarre verpfändet ja ich gestehe das war die einzige möglichkeit aus der band noch etwas geld zu machen gilt das ich für meine investitionen brauchte komputerspielen mit peniswitzen nein das hier automaten nur die sind gut zu mir und verstehen mich dieser heute ganz besonders der türsteher von hells pond glaubt mir nicht dass die gitarre die es gut ist du musst dem türsteher erzählen dass du sie gestohlen hast ich habe gerade eine glücksträhne solange der automat schön weiter kohle ausspuckt bewege ich mich keinen zentimeter von hier weg ok wir müssen auf jeden fall wir müssen auf jeden fall da unten rankommen ja der automat muss kaputt gehen wir haben camel toes ja warte mal wir können camel toes an den typen hier geben nimm das zeug weg das ist pures gift sag ich dir aber dann halt nicht willst du den dildo? schade ok dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zu lemma und dann können wir lemma sagen dass wir ihre ganzen plakate aufgehängt haben dann kommen wir da wenigstens auch nochmal ein stückchen weiter ja ja der dildo und ich wir sind ein gutes gespann ich habe alle plakate aufgehängt großartig vielen dank kommen wir jetzt zum sex dir habe ich wohl richtig lust gemacht oh ja gedulde dich noch ein wenig bis der gig hinter mir liegt ah gut ok ich habe deine gitarre gefunden du hast sie? nein so ein typ hat sie anscheinend gekauft und glaubt nicht dass sie gestohlen wurde was? dann musst du diesen kerl vom gegenteil überzeugen ach ich überleg mir was na gut na gut na gut na gut hier kommen wir auch nicht mehr so weit weiter was ist das da? hey finger weg das ist das teuerste stück im ganzen laden und unverkäuflich das ist doch nur ein Lappen nein es ist das grabtuch das grabtuch von urin vom urin ha ha ok ich nehme es für 3 dollar bist du schwerhörig? unverkäuflich warum? was macht das besonders? es ist das Lack mit dem Freddy Quicksilver begraben wurde der vom legendären Life Aids Konzert für Fans von Queef ist es das größte Heiligtum einige unserer Gäste kommen nur her um dem Grabtuch ihre Ehrerbietung zu erweisen Queen Queef haben sich aufgelöst? nein sie suchen seit 25 Jahren einen neuen Sänger aber so einen finden sie nie wieder und seitdem sind die echt Mainstream geworden ja so richtig ernst kann man die nicht mehr nehmen früher waren die noch underground aber heute würdet ihr das Grabtuch gegen etwas eintauschen? ich kann mir nur eins vorstellen was uns mehr wert wäre als das Grabtuch von Urin ich auch was ist das denn? die streng limitierte Vintage Kamera von Prune von der es nur ganz wenige Exemplare gibt die druckt direkt ein Foto aus und speichert es gar nicht digital ab jedes Foto ein Unikat die Bildqualität ist retromäßig total mies ist das nicht eine irre revolutionäre Idee? BJ ist einfach ein Genie sicher ich schaue ob ich eine auftreiben kann erstens das zweitens wir reden jetzt mit Aaron Aaron hatte zwar eben noch ihre Cam Show aber wenn sie da weg ist können wir uns die Schere nehmen dann können wir an den Busch ran hä, Busch dann können wir mit der Schere das Gitter durchschneiden von dem Automaten und dann kriegen wir es vielleicht hin dann kriegen wir es vielleicht hin dann gehe ich auch nochmal zu Prune klein Augenblick ich mach gerade meine Show gleich nicht mehr Schätzchen du hast einen festen Job Baby hey Aaron was gibt's? Aaron, ich habe großartige Nachrichten naja, überwiegend ja? die im Hells Porn finden dich super ehrlich? das ist ja unglaublich aber sie meinen dass du noch etwas anderes bieten solltest etwas das dich von der Masse unterscheidet was dich besonders macht puh, was könnte das denn sein? anstatt dich auszuziehen könntest du einfach mehr anziehen vielleicht irgendwas mit Ping-Pong-Bällen du könntest mit einer Python ringen Ping-Pong-Bälle vielleicht irgendwas mit Ping-Pong-Bällen sowas kann ich nicht es ist hoffnungslos Larry ich werde einfach das Strippen aufgeben und mich meiner anderen großen Liebe widmen der Literatur ich bin bei Poetry Slams immer rausgeworfen worden weil ich da zu viel Haut gezeigt hab hm, Moment mal denkst du was ich denke? es ist so naheliegend ähm es ist oh Gott Larry, wirklich komm, dann nehme ich jetzt die Python vielleicht irgendwas mit, äh, Ping-Pong hä? Python ich habe doch Python gesagt hey Aaron Halt, warte irgendwas mit Literatur hier, nimm das Buch ich habe eine Überraschung in meiner Hose ist es das, was ich denke? nein, es ist das Buch, das du wolltest ja du hast es wirklich aufgetrieben? unglaublich du musst ja in allen antiquarischen Buchhandlungen der Stadt gesucht haben für dich ist mir nichts zu viel, Baby für dich ist mir nichts zu viel, Baby das merke ich Süßer ja, jedenfalls hast du dir eine Höchstwertung bei Timber verdient das war das liebste, was jemals jemand für mich gemacht hat wie versprochen bekommst du jetzt deine Privatshow oh ha ha, ha 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 danke Larry, wir sehen uns dann nachher im Hells Porn zu meiner Show pie, das muss jetzt aber ein Quantensprung bei den Timberpunkten sein na? na? du hast 19 Timberpunkte das ist vermutlich abgerundet Nein, aufgerundet. Genau genommen ist deine Punktzahl 18,708. Schon gut. Hey, kannst du Faith vielleicht eine Nachricht schicken, dass sie schon mal Platz in ihrem Terminkalender schaffen soll? Ich kann sie nicht kontaktieren. Niemand kann das. Sie wird noch früh genug von mir hören. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Gleich schauen. Let's go. Neue Timber-Vorschläge. I like. So, 19 Punkte haben wir. Den haben wir auch schon. Die wird Janna-Sisters. Natürlich. Eine Sache an uns ist eineigig. Die will ich. Oh, Hannah. Huch? Wer hat dich hier reingelassen? Ja, Kyle haben wir ja schon. Jenny hatten wir auch schon. Gobbler hatten wir auch schon. Miles hatten wir auch schon. Oh. Oh mein Gott, Baby. Du bist der Traum meiner schlaflosen Nächte. Riccarda Raven. Ich möchte mit dir schlafen, damit ich dir im Schlaf deine Haut abziehen und mit deinen Schreien den Teufel beschwören kann. Baby, dich... Du darfst alles mit meiner Haut tun. Wirklich. Alles. Oh, und da haben wir auch Atticus. Atticus Antique. Ich gehe nur mit Tottenfrauen aus, bevor sie cool sind. Weiter geht's. Samantha Smooth. Habe keine Kohle für einen Vibrator. Da sind wir nun. Okay, alles klar. Ich kann dir helfen, Baby. Ich kann dir helfen. Reinhold hatten wir schon. Duffes. Oh mein Gott, der sieht aus wie der eine aus Deponia. Der sieht aus wie Deponia. Suche Liebe in der Müllheide des Lebens. In der Müllheide des Lebens. Oh mein Gott, sowas von Deponia. Deponia. Oh gosh. Oh gosh. Oh gosh. Wenn man erst mal dieses Ad lesen würde, ne? Dann kommt man vielleicht irgendwann nochmal drauf. Oh Gott, Rufus. Na gut. Wen hatten wir hier noch nicht? Frieda Feucht. Die Naschi-Omi. Suche nicht nach einer Beziehung. Bin eh bald weg. Die ist realistisch, die Frau. Petra hatten wir schon. Oh, das ist Steven. Steven aus dem Mucki-Studio. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Boss Transformation. Oh ja, oh ja, oh ja. Muss mal ein paar mehr. Fmufi nehmen vielleicht. Oh, Sally Slippery. Babewatch. Monsu ist für Anfänger. Okay. Ich glaube, damit hatten wir jetzt alle, ne? Genau, die kennen wir alle schon. Oh mein Gott, ist das großartig. Es ist so großartig. Warum haben wir noch keine weiteren Matches? Ich meine, wir sind großartig, ja. Wir sind richtig großartig. Also, ich finde schon, dass ich gerade ziemlich gut vorankomme. Es fühlt sich zumindest ganz gut an. So, was nun? Genau. Erin geht dann zum Dings. Ist sie dann jetzt weg? Ne, sie ist immer noch da. Okay, das ist doof. Das heißt, wir kommen immer noch nicht an die Schere ran. Ich habe gehofft, wir kommen an die Schere ran und sie dann weg ist. Wir gehen jetzt erstmal in das große Gebäude, das aussieht wie ein abspritzender Penis. Mit dem Vagina-Logo. Ich liebe es einfach, ja. Und dann gucken wir mal, dass wir eine von diesen Polaroid-Kameras bekommen. Hey, nur anschauen, nicht anfassen. Aber ich brauche eine. Ich brauche eine. Wait, this game is erlaubt of Twitch? Oh ja. It is. It absolutely is. Und deswegen nutzen wir es auch voll aus. Also, okay. Wir haben einen nach Käse riechenden Dildo. Den haben wir auch immer noch nicht irgendwie. Ah, was mache ich denn mit denen? Kann ich denen irgendwie die abgelaufene Soja geben? Das ist keine gute Idee. Keine gute Idee, okay. Wie wäre es mit einem Bad-Platt? Eher nicht. Auch nicht? Ah, liebe Lust und Zweideutigkeit. Ja, genau. Okay, da kommen wir also nicht weiter. Ein Unter kann nur auf der Straße gerufen werden. Ja! Reg dich nicht auf, Weib. Wir kriegen das schon irgendwie noch gebacken. Gut. Wir brauchen ein Unter. Ich versuche das jetzt einfach nochmal im Strip-Club. Ja. Was willst du? So. Wir wissen, was da drin passiert ist. Aha! Ich habe den Gitarrendieb gefunden. Und was interessiert mich das? Solange mir der Dieb nicht in die Augen schaut und mir die Wahrheit sagt, glaube ich dir kein Wort. Da könnte ja jeder kommen. Warum ist das Spiel denn so? Es könnte so einfach sein, die Weiber wegzuflanken und ich kriege es nicht hin. Oh! Was ist das? Ich möchte nicht in das Gefängnis einbrechen. Warum nicht? Vielleicht gibt es da was. Vielleicht gibt es da heiße Weiber, mit denen du was tun kannst. Boah, frech! Ladies stehen auf Blumen. Aber wofür? Achso, die können wir Aaron vielleicht später weitergeben. Genau, wir müssen diese komische Ratte nochmal fangen, ja? Ja, ich habe noch ein Tanzdate. Das ist auch hier im Hells Porn. Aber da komme ich nicht rein. Der lässt mich nicht rein. Weil ich nicht gut genug aussehe, sagt er. Aber ich bin eine Schönheit, ja? Aber warum denn nicht? Ich meine, den Dildo kriegen wir schon mal hin, um die Ratte wegzulocken. Die Ratte muss mit irgendwas gefangen werden.